H. G. Wells, das Kristallei. Eine Produktion von der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Bis vor einem Jahr gab es in der Nähe von Seven Dials einen kleinen, sehr schmuddelig aussehenden Laden, über dem in verwitterten gelben Lettern der Name Sea Cave, Naturkundler und Antiquitätenhändler, geschrieben stand. Die Auslage im Schaufenster war seltsam bunt gemischt. Sie umfasste einige Elefantenstoßzähne und ein unvollkommenes Schachspiel, Perlen und Waffen, eine Schachtel mit Augen, zwei Tigerschädel und einen menschlichen Schädel, mehrere mottenzerfressener, ausgestopfter Affen, einer hielt eine Lampe, einen altmodischen Schrank, ein mit Fliegen verschmutztes Straußenei oder so etwas, einige Angelgeräte und ein außerordentlich schmutziges, leeres Glasfischbecken. In dem Moment, in dem die Geschichte beginnt, stand dort auch ein großer Kristall, der die Form eines Eies hatte und glänzend poliert war. Und darauf schauten zwei Leute, die vor dem Fenster standen, einer von ihnen ein großer, schlanker, geistlicher, der andere ein schwarzbärtiger junger Mann mit dunklem Teint und unauffälliger Kleidung. Der dunkelhäutige junge Mann gestikulierte eifrig und schien darauf bedacht zu sein, dass sein Begleiter die Ware kaufte. Während sie dort waren, kam Mr. Cave in seinen Laden, in seinem Bad hingen noch die Butter und das Brot seines Tees. Als er die beiden Männer und das Objekt ihrer Begierde sah, verfinsterte sich seine Miene. Er warf einen schuldbewussten Blick über seine Schulter und schloss leise die Tür. Er war ein kleiner, alter Mann mit blassem Gesicht und wässrigen, blauen Augen. Sein Haar war schmutzig-grau und er trug einen schäbigen, blauen Gehrock, einen alten Seitenhut und abgetretene Pantoffeln. Er beobachtete die beiden Männer, während sie sich unterhielten. Der Geistliche griff tief in seine Hosentasche, untersuchte eine Handvoll Geld und zeigte seine Zähne in einem sympathischen Lächeln. Mr. Cave wirkte noch betrübter, als sie den Laden betraten. Der Geistliche fragte ohne Umschweife nach dem Preis für das Kristallei. Mr. Cave warf einen nervösen Blick zur Tür, die in den Salon führte und sagte fünf Pfund. Der Geistliche protestierte, dass der Preis hoch sei, sowohl für seinen Begleiter als auch für Mr. Cave. Es war in der Tat viel mehr, als Mr. Cave zu verlangen beabsichtigt hatte, als er den Artikel einkaufte, und es folgte ein Versuch zu falschen. Mr. Cave trat an die Ladentür und hielt sie auf. Fünf Pfund ist mein Preis, sagte er, als wolle er sich eine unergiebige Diskussion ersparen. Während er das sagte, erschien der obere Teil eines Frauengesichts über der Jalousie in der oberen Glasscheibe der Tür, die in den Salon führte, und starrte die beiden Kunden neugierig an. Fünf Pfund ist mein Preis, sagte Mr. Cave mit einem Zittern in seiner Stimme. Der dunkelhäutige junge Mann hatte Cave bisher nur als Zuschauer beobachtet. Jetzt ergriff er das Wort. Gib ihm fünf Pfund, sagte er. Der Pfarrer schaute ihn an, um zu sehen, ob er es ernst meinte, und als er wieder zu Mr. Cave schaute, sah er, dass dessen Gesicht bleich war. Das ist eine Menge Geld, sagte der Geistliche und kramte in seiner Tasche, um sein Geld zu zählen. Er hatte kaum mehr als 30 Schillinge und wandte sich an seinen Begleiter, mit dem er anscheinend sehr vertraut war. Das gab Mr. Cave die Gelegenheit, seine Gedanken zu sammeln, und er begann aufgeregt zu erklären, dass der Kristall nicht ganz freiverkäuflich sei. Seine beiden Kunden waren darüber natürlich überrascht und fragten ihn, warum er nicht daran gedacht hatte, bevor er zu handeln begann. Mr. Cave war verwirrt, aber er blieb bei seiner Geschichte, dass der Kristall an diesem Nachmittag nicht zum Verkauf stehe und dass ein wahrscheinlicher Käufer bereits aufgetaucht sei. Die beiden betrachteten dies als einen Versuch, den Preis noch weiter zu erhöhen und machten Anstalten, den Laden zu verlassen. Doch in diesem Moment öffnete sich die Stubentür und die Besitzerin der dunklen Krause und der kleinen Augen erschien. Sie war eine grobschlechtige, korpulente Frau, jünger und sehr viel größer als Mr. Cave. Sie ging schwer und ihr Gesicht war gerötet. »Der Kristall ist zu verkaufen«, sagte sie, »und fünf Pfund sind ein guter Preis dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, was du vorhast, Cave, wenn du das Angebot des Gentlemen nicht annimmst.« Mr. Cave, der durch diese Unterbrechung sehr beunruhigt war, schaute sie wütend über den Rand seiner Brille an und beteuerte, dass er das Recht habe, seine Geschäfte auf seine eigene Weise zu führen. Ein Streit begann. Die beiden Kunden beobachteten die Szene mit Interesse und einiger Belustigung und halfen Mrs. Cave gelegentlich mit Vorschlägen. Mr. Cave blieb hartnäckig bei seiner verworrenen und unmöglichen Geschichte über eine Anfrage nach dem Kristall an diesem Morgen und seine Aufregung wurde zunehmend schmerzhaft. Aber er blieb mit außerordentlicher Beharrlichkeit bei seinem Standpunkt. Es war der junge Orientale, der diese seltsame Kontroverse beendete. Er schlug vor, dass sie sich in zwei Tagen noch einmal treffen sollten, um dem angeblichen Bieter eine faire Chance zu geben. »Und dann müssen wir darauf bestehen«, sagte der Geistliche. »Fünf Pfund.« Mrs. Cave nahm es auf sich, sich für ihren Mann zu entschuldigen und erklärte, dass er manchmal ein bisschen seltsam sei. Und als die beiden Kunden gingen, bereitete sich das Ehepaar auf eine freie Diskussion über den Vorfall in all seinen Facetten vor. Mrs. Cave sprach mit ihrem Mann mit ungewöhnlicher Direktheit. Der arme kleine Mann, der vor Rührung zitterte, schwankte zwischen seinen Erzählungen und behauptete einerseits, dass er einen anderen Kunden im Auge hatte und andererseits, dass der Kristall wirklich zehn Guinnies wert war. »Warum hast du dann fünf Pfund verlangt?«, fragte seine Frau. »Lass mich meine Geschäfte auf meine Weise führen«, sagte Mr. Cave. Mr. Cave hatte eine Stieftochter und einen Stiefsohn bei sich wohnen und beim Abendessen an diesem Abend wurde das Geschäft erneut besprochen. Keiner von ihnen hatte eine hohe Meinung von Mr. Caves Geschäftsmethoden und diese Aktion erschien ihnen als ein Höhepunkt der Torheit. »Meiner Meinung nach wollte er den Kristall schon einmal nicht verkaufen«, sagte der Stiefsohn, ein schlagsiger 18-jähriger Flegel. »Aber fünf Pfund!«, sagte die Stieftochter, eine streitsüchtige junge Frau von 26 Jahren. Die Antworten von Mr. Cave waren erbärmlich. Er konnte nur schwache Beteuerungen murmeln, dass er seine eigenen Angelegenheiten am besten kenne. Sie trieben ihn von seinem halbgegessenen Abendessen in den Laden, um ihn für die Nacht zu schließen, mit hängenden Ohren und Tränen des Verdrusses hinter seiner Brille. Warum hatte er den Kristall so lange im Fenster gelassen? Was für ein Unsinn! Das war der Ärger, der ihm am meisten zu schaffen machte. Eine Zeit lang sah er keinen Weg, dem Verkauf zu entgehen. Nach dem Abendessen machten sich seine Stieftochter und sein Stiefsohn schick und gingen aus dem Haus, während seine Frau sich nach oben zurückzog, um bei ein wenig Zucker und Zitrone in heißem Wasser über die geschäftlichen Aspekte des Kristalls nachzudenken. Mr. Cave ging in den Laden und blieb dort bis spät in die Nacht, angeblich um Ziersteine für Goldfischbecken herzustellen, aber in Wirklichkeit für einen ganz privaten Zweck, der später noch näher erläutert wird. Am nächsten Tag stellte Mrs. Cave fest, dass der Kristall aus dem Fenster entfernt worden war und hinter einigen gebrauchten Büchern über das Angeln lag. Sie stellte ihn an einer auffälligen Stelle wieder auf. Aber sie diskutierte nicht weiter darüber, denn störende Kopfschmerzen hielten sie von einer Debatte ab. Mr. Cave war ohnehin stets unwillig. Der Tag verging unangenehm. Mr. Cave war noch zerstreuter als sonst und außerdem ungewöhnlich reizbar. Am Nachmittag, als seine Frau ihren gewohnten Schlaf hielt, entfernte er den Kristall wieder vom Fenster. Am nächsten Tag musste Mr. Cave eine Ladung Hunsfische an eine der Medizinfakultäten liefern, wo sie zum Sezieren benötigt wurden. Während seiner Abwesenheit dachte Mrs. Cave wieder über den Kristall nach und überlegte, wie sie den Gewinn von fünf Pfund ausgeben könnte. Sie hatte sich schon einige sehr angenehme Dinge ausgedacht, unter anderem ein Kleid aus grüner Seite für sich selbst und eine Reise nach Richmond, als ein Klingeln an der Eingangstür sie in den Laden rief. Bei dem Kunden handelte es sich um einen Examensprüfer, der sich darüber beschweren wollte, dass einige Frösche, die er am Vortag bestellt hatte, nicht geliefert wurden. Mrs. Cave war mit diesem Geschäftszweig von Mr. Cave nicht einverstanden und der Herr, der in einer etwas aggressiven Stimmung erschienen war, zog sich nach einem kurzen Wortwechsel zurück, ganz höflich, was ihn betraf. Mrs. Caves Blick richtete sich natürlich auf das Fenster, denn der Anblick des Kristalls war eine Garantie für die fünf Pfund und für ihre Träume. Wie groß war ihre Überraschung, als sie feststellte, dass er weg war. Sie ging zu dem Platz hinter dem Schrank auf dem Tresen, wo sie ihn am Tag zuvor entdeckt hatte. Es war nicht da, und sie begann sofort mit einer eifrigen Suche im Laden. Als Mr. Cave gegen Viertel vor zwei Uhr nachmittags von seinem Geschäft mit den Hundsfischen zurückkehrte, fand er den Laden in einem ziemlichen Durcheinander vor und seine Frau kniete äußerst verärgert hinter der Theke, und wühlte in seinem Präparationsmaterial. Als die klingende Glocke seine Rückkehr ankündigte, blickte sie wütend über den Tresen und beschuldigte ihn sofort, es versteckt zu haben. »Versteckt was?«, fragte Mr. Cave. »Den Kristall!« Daraufhin eilte Mr. Cave scheinbar sehr überrascht zum Fenster. »Ist er nicht hier?«, fragte er. »Um Himmels Willen! Was ist mit ihm geschehen?« In diesem Moment betrat Mr. Caves Stiefsohn den Laden aus dem Innenraum. Er war etwa eine Minute vor Mr. Cave nach Hause gekommen und lästerte laut Halt. Er war bei einem Gebrauchtmöbelhändler am Ende der Straße in der Leere, aber er aß zu Hause und war natürlich verärgert, dass das Essen nicht fertig war. Aber als er von dem Verlust des Kristalls hörte, vergaß er seine Mahlzeit und seine Wut wurde von seiner Mutter auf seinen Stiefvater gelenkt. Deren erster Gedanke war natürlich, dass er ihn versteckt hatte. Aber Mr. Cave leugnete hartnäckig jede Kenntnis über sein Schicksal und gab bereitwillig seine eidliche Erklärung in dieser Angelegenheit ab und beschuldigte schließlich erst, seine Frau und dann seinen Stiefsohn den Kristall für einen privaten Verkauf entwendet zu haben. So begann eine äußerst erbitterte und emotionale Diskussion, die für Mrs. Cave in einem merkwürdigen Nervenzustand zwischen Hysterie und Wahnsinn endete und dazu führte, dass der Stiefsohn am Nachmittag eine halbe Stunde zu spät im Möbelgeschäft eintraf. Mr. Cave suchte im Laden Zuflucht vor den Emotionen seiner Frau. Am Abend wurde die Angelegenheit unter dem Vorsitz der Stieftochter mit weniger Leidenschaft und in einem gerichtlichen Geist wieder aufgenommen. Das Abendessen verlief unglücklich und gipfelte in einer schmerzhaften Szene. Mr. Cave gab schließlich seiner Verzweiflung nach und ging heftig mit der Haustür knallend hinaus. Der Rest der Familie diskutierte in der Freiheit seiner Abwesenheit über ihn und durchsuchte das Haus, von der Mansarde bis zum Keller, in der Hoffnung, auf den Kristall zu stoßen. Am nächsten Tag trafen die beiden Kunden wieder ein. Mrs. Cave empfing sie fast unter Tränen. Es zeigte sich, dass sich niemand vorstellen konnte, was sie alles von Cave zu verschiedenen Zeiten ihrer Ehe ertragen hatte. Sie gab auch einen unverständlichen Bericht über das Verschwinden ab. Der Geistliche und der Orientale lachten sich schweigend an und sagten, es sei sehr außergewöhnlich. Da Mrs. Cave bereit schien, ihnen die gesamte Geschichte ihres Lebens zu erzählen, machten sie sich daran, den Laden zu verlassen. Daraufhin bat Mrs. Cave, die sich noch immer an die Hoffnung klammerte, um die Adresse des Geistlichen, damit sie, falls sie etwas aus Cave herausbekommen könnte, es mitteilen könnte. Die Adresse wurde ihr ordnungsgemäß gegeben, aber offenbar wurde sie danach verlegt. Mrs. Cave kann sich an nichts mehr erinnern. Am Abend dieses Tages schienen die Caves ihre Emotionen erschöpft zu haben. Und Mr. Cave, der am Nachmittag unterwegs gewesen war, aß in einer düsteren Abgeschiedenheit zu Abend, die in einem angenehmen Kontrast zu den leidenschaftlichen Kontroversen der vorausgegangenen Tage stand. Eine Zeit lang war die Lage im Hause Cave sehr angespannt, aber weder Kristall noch Kunde tauchten wieder auf. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, müssen wir zugeben, dass Mr. Cave ein Lügner war. Er wusste ganz genau, wo der Kristall war. Er befand sich in den Räumen von Mr. Jacoby Ways, dem stellvertretenden Vorführarzt, im St. Catharines Hospital, Westbourne Street. Er stand auf der Anrichte, die teilweise mit einem schwarzen Samttuch bedeckt war und neben einer Karaffe mit amerikanischem Whisky. Von Mr. Ways stammen die Informationen, auf denen diese Erzählung beruht. Cave hatte das Ding in einem Sack mit Hunsfischen versteckt ins Krankenhaus gebracht und dort den jungen Mann gedrängt, es für ihn zu behalten. Mr. Ways war anfangs etwas skeptisch. Seine Beziehung zu Cave war eigenartig. Er hatte eine Vorliebe für eigenwillige Charaktere und hatte den alten Mann mehr als einmal zum Rauchen und Trinken in seine Räume eingeladen, um ihm seine recht amüsanten Ansichten über das Leben im Allgemeinen und über seine Frau im Besonderen mitzuteilen. Auch Mrs. Cave hatte Mr. Ways schon öfters getroffen, wenn Mr. Cave nicht zu Hause war, um ihn zu besuchen. Er kannte die ständigen Einmischungen, denen Cave ausgesetzt war und nach reiflicher Überlegung beschloss er, dem Kristall eine Zuflucht zu geben. Mr. Cave versprach, die Gründe für seine bemerkenswerte Zuneigung zu dem Kristall bei einer späteren Gelegenheit genauer zu erklären, aber er sprach deutlich davon, dass er darin Visionen sah. Noch am selben Abend suchte er Mr. Ways auf. Er erzählte eine komplizierte Geschichte. Er sagte, der Kristall sei bei der Zwangsversteigerung der Sachen eines anderen Kuriositätenhändlers zusammen mit anderen Kostbarkeiten in seinen Besitz gekommen und da er nicht wusste, wie viel er wert war, habe er ihn für 10 Schilling verkaufen wollen. Zu diesem Preis hatte er ihn einige Monate lang aufbewahrt und er dachte gerade daran, den Preis zu senken, als er eine merkwürdige Entdeckung machte. Zu dieser Zeit ging es ihm gesundheitlich sehr schlecht und man darf nicht vergessen, dass seine körperliche Verfassung während der ganzen Zeit sehr angeschlagen war und er war wegen der Vernachlässigung, ja sogar wegen der Misshandlung durch seine Frau und seine Stiefkinder in großer Bedrängnis. Seine Frau war eitel, verschwenderisch, gefühllos und hatte eine wachsende Vorliebe für den privaten Alkoholkonsum. Seine Stieftochter war gemein und übergriffig und sein Stiefsohn hatte eine heftige Abneigung gegen ihn entwickelt und ließ keine Gelegenheit aus, dies zu zeigen. Die Anforderungen seines Geschäfts lasteten schwer auf ihm und Mr. Ways glaubte nicht, dass er ganz frei von gelegentlicher Ausschweifung war. Er hatte sein Leben in einer komfortablen Position begonnen, war ein gebildeter Mann und litt wochenlang an Melancholie und Schlaflosigkeit. Aus Angst, seine Familie zu stören, entfernte er sich leise von seiner Frau, wenn seine Gedanken unerträglich wurden, und wanderte im Haus umher. Und eines Morgens, gegen drei Uhr, Ende August, führte ihn der Zufall in den Laden. Der schmutzige kleine Ort war undurchdringlich schwarz, bis auf eine Stelle, an der er einen ungewöhnlichen Lichtschein wahrnahm. Als er sich dieser Stelle näherte, entdeckte er, dass es sich um das Kristallei handelte, das auf der Ecke der Theke zum Fenster hinstand. Ein dünner Strahl drang durch einen Spalt in den Fensterläden, traf auf das Objekt und schien sein ganzes Inneres zu erfüllen. Mr. K. fiel auf, dass dies nicht mit den Gesetzen der Optik übereinstimmte, wie er sie aus seiner Jugend kannte. Er konnte sich zwar vorstellen, dass die Strahlen durch den Kristall gebrochen wurden und sich in seinem Inneren bündelten, aber diese Streuung widersprach seinen physikalischen Vorstellungen. Er näherte sich dem Kristall, schaute hinein und um ihn herum mit einer vorübergehenden Wiederbelebung der wissenschaftlichen Neugierde, die in seiner Jugend seine Berufswahl bestimmt hatte. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass das Licht nicht gleichmäßig war, sondern sich in dem Material des Eies bewegte, als wäre das Objekt eine hohle Kugel aus leuchtendem Dampf. Als er sich hin und her bewegte, um verschiedene Blickwinkel einzunehmen, stellte er plötzlich fest, dass er zwischen das Ei und den Strahl geraten war und dass der Kristall trotzdem weiterleuchtete. Zu seinem großen Erstaunen hob er ihn aus dem Lichtstrahl und trug ihn in den dunkelsten Teil des Ladens. Er blieb etwa vier oder fünf Minuten lang hell, bis er langsam verblasste und erlosch. Er stellte es in den dünnen Streifen Tageslicht und es leuchtete fast sofort wieder. Zumindest soweit konnte Mr. Ways die bemerkenswerte Geschichte von Mr. Cave bestätigen. Er hatte diesen Kristall selbst wiederholt in einen Lichtstrahl gehalten, der einen Durchmesser von weniger als einem Millimeter haben musste. Und in einer vollkommenen Dunkelheit, wie sie durch eine Samtumhüllung erzeugt werden kann, erschien der Kristall zweifellos, sehr schwach, phosphoriszierend. Es scheint jedoch, dass das Leuchten nur in Ausnahmefällen und nicht für alle Augen gleichermaßen sichtbar war, denn Mr. Harbinger, dessen Name dem wissenschaftlichen Leser im Zusammenhang mit dem Pasteur-Institut bekannt sein wird, konnte überhaupt kein Licht sehen. Und Mr. Ways war im Vergleich zu Mr. Cave überhaupt nicht in der Lage, das Licht zu erkennen. Sogar bei Mr. Cave schwankte die Fähigkeit sehr stark. Er sah am deutlichsten in Phasen extremer Schwäche und Müdigkeit. Dieses Licht im Kristall übte von Anfang an eine seltsame Faszination auf Mr. Cave aus. Und es sagt mehr über seine Einsamkeit aus, als es ein Band mit pathetischen Schriften tun könnte, dass er keinem Menschen von seinen seltsamen Beobachtungen erzählte. Er scheint in einer solchen Atmosphäre der kleinlichen Bosheit gelebt zu haben, dass das Eingeständnis eines Vergnügens den Verlust desselben bedeutet hätte. Er stellte fest, dass der Kristall mit fortschreitender Dämmerung und zunehmendem Streulicht allem Anschein nach nicht mehr leuchtete. Eine Zeit lang konnte er nichts mehr darin sehen, außer nachts in den dunklen Ecken des Ladens. Doch dann kam ihm ein altes Samttuch in den Sinn, das er als Hintergrund für eine Mineraliensammlung benutzte, und indem er es verdoppelte und über seinen Kopf und seine Hände legte, konnte er die leuchtende Bewegung im Inneren des Kristalls sogar am Tag sehen. Er war sehr vorsichtig, um nicht von seiner Frau entdeckt zu werden, und übte diese Tätigkeit nur nachmittags aus, wenn sie oben schlief, und dann vorsichtig in einer Mulde unter dem Tresen. Eines Tages, als er den Kristall in seinen Händen drehte, sah er etwas. Es kam und ging wie ein Blitz, aber es vermittelte ihm den Eindruck, dass das Objekt ihm für einen Moment den Blick auf ein weites und fremdes Land eröffnete. Und als er ihn umdrehte, sah er, gerade als das Licht verblasste, dieselbe Vision wieder. Es wäre mühsam und unnötig, alle Phasen von Mr. Caves' Entdeckung zu beschreiben. Es genügt zu sagen, dass der Kristall, in dem er in einem Winkel von etwa 137 Grad zur Richtung des Lichtstrahls blickte, ein klares und konsistentes Bild einer weiten und eigentümlichen Landschaft zeigte. Es war keineswegs traumhaft. Es erzeugte einen eindeutigen Eindruck von Realität und je besser das Licht war, desto realer und solider erschien es. Es war ein bewegtes Bild. Das heißt, bestimmte Gegenstände bewegten sich darin, aber langsam und geordnet wie echte Dinge und je nachdem, wie sich die Licht- und Blickrichtung änderte, änderte sich auch das Bild. Es muss in der Tat so gewesen sein, als würde man durch ein ovales Glas auf eine Aussicht schauen und das Glas drehen, um verschiedene Aspekte zu sehen. Mr. Caves' Aussagen, so versichert mir Mr. Ways, waren äußerst detailliert und völlig frei von jeglicher emotionalen Qualität, die halluzinatorische Eindrücke verfälscht. Aber es muss daran erinnert werden, dass alle Bemühungen von Mr. Ways, eine ähnliche Klarheit in der schwachen Opaleszenz des Kristalls zu sehen, völlig erfolglos waren, so sehr er sich auch bemühte. Der Unterschied in der Intensität der Eindrücke, die die beiden Männer empfingen, war sehr groß und es ist durchaus denkbar, dass das, was für Mr. Caves eine Aussicht war, für Mr. Ways nur ein verschwommener Nebel war. Die Aussicht, wie Mr. Caves sie beschrieb, war immer eine weite Ebene und erschien sie immer von einer beträchtlichen Höhe aus zu betrachten, wie von einem Turm oder einem Mast. Im Osten und Westen wurde die Ebene in einiger Entfernung von riesigen rötlichen Klippen begrenzt, die ihn an die Klippen auf einem Bild erinnerten, das er einmal gesehen hatte. Diese Klippen verliefen in nördlicher und südlicher Richtung. Er konnte die Himmelsrichtungen an den Sternen ablesen, die in einer Nacht sichtbar waren und verschwanden in der Ferne im Nebel, bevor sie sich trafen. Er befand sich näher an den östlichen Klippen, über denen bei seiner ersten Vision die Sonne aufging und schwarz im Sonnenlicht und blass in ihrem Schatten erschien eine Vielzahl von aufsteigenden Formen, die Mr. Cave für Vögel hielt. Unter ihm erstreckte sich eine riesige Reihe von Gebäuden, auf die er hinunterzublicken schien, und als sie sich dem verschwommenen und gebrochenen Rand des Bildes näherten, wurden sie undeutlich. Es gab auch Bäume, die seltsame Formen und Farben hatten, ein tiefes Moosgrün und ein exquisites Grau und die an einem breiten, glänzenden Kanal standen. Und etwas Großes in leuchtenden Farben flog über das Bild. Aber als Mr. Cave diese Bilder zum ersten Mal sah, sah er sie nur blitzartig. Seine Hände zitterten, sein Kopf bewegte sich, die Vision kam und ging und wurde neblig und undeutlich. Und anfangs hatte er größte Schwierigkeiten, das Bild wiederzufinden, wenn er einmal die Richtung verloren hatte. Seine nächste klare Vision, die etwa eine Woche nach der ersten eintrat, nachdem er in der Zwischenzeit nur flüchtige Blicke und einige nützliche Erfahrungen gemacht hatte, zeigte ihm den Blick auf die Länge des Tals. Der Ausblick war anders, aber er hatte die merkwürdige Überzeugung, dass er die fremde Welt von genau derselben Stelle aus betrachtete, auch wenn er in eine andere Richtung blickte, was seine späteren Beobachtungen nur zu gut bestätigte. Die lange Fassade des großen Gebäudes, auf dessen Dach er zuvor hinuntergeschaut hatte, trat nun perspektivisch in den Hintergrund. Er erkannte das Dach. Vor der Fassade befand sich eine Terrasse von gewaltigen Ausmaßen und außerordentlicher Länge. Und in der Mitte der Terrasse standen in bestimmten Abständen riesige, aber sehr anmutige Säulen, auf denen sich kleine, glänzende Gegenstände befanden, die die untergehende Sonne reflektierten. Die Bedeutung dieser kleinen Objekte wurde Mr. Cave erst einige Zeit später bewusst, als er Mr. Ways die Szene beschrieb. Die Terrasse überragte ein Dickicht mit üppiger und anmutiger Vegetation und dahinter lag ein breiter, grasbewachsener Rasen, auf dem einige breite, Käfer-ähnliche, aber viel größere Lebewesen saßen. Dahinter befand sich ein reichverzierter Weg aus rosafarbenem Stein, der von dichtem rotem Gebüsch gesäumt war und sich genau parallel zu den fernen Klippen das Tal hinauf erstreckte. Die Luft schien voller Schwärme großer Vögel zu sein, die in majestätischen Schleifen ihre Kreise zogen, und auf der anderen Seite des Flusses befand sich eine Vielzahl prächtiger Gebäude, die in bunten Farben und mit metallischen Verzierungen und Flächen glitzerten, inmitten eines Waldes aus moos- und flechtenartigen Bäumen. Plötzlich flatterte etwas immer wieder über die Vision, wie das Flattern eines juwelenbesetzten Fächers oder der Schlag eines Flügels, und ein Gesicht, oder besser gesagt, der obere Teil eines Gesichts mit sehr großen Augen kam wie auf der anderen Seite des Kristalls ganz nah an sein eigenes heran. Mr. Cave war so erschrocken und beeindruckt von der absoluten Realität dieser Augen, dass er seinen Kopf vom Kristall zurückzog, um hinter ihn zu schauen. Er war so vertieft in seiner Beobachtung, dass er ganz überrascht war, sich in der kühlen Dunkelheit seines kleinen Ladens wiederzufinden mit dem vertrauten Geruch von Methyl, Muff und Verfall. Und als er um sich blinzelte, verblasste der leuchtende Kristall und erlosch. Das waren die ersten allgemeinen Eindrücke von Mr. Cave. Die Geschichte ist seltsam gradlinig und detailliert. Von Anfang an, als das Tal zum ersten Mal kurz aufblitzte, war seine Vorstellungskraft seltsam angeregt, und als er begann, die Details der Szene, die er sah, zu begreifen, steigerte sich seine Verwunderung bis hin zur Leidenschaft. Er ging lustlos und verzweifelt seiner Arbeit nach und dachte nur noch an die Zeit, in der er zu seiner Wache zurückkehren konnte. Und dann, einige Wochen nach seinem ersten Anblick des Tals, kamen die beiden Kunden, der Stress und die Aufregung um ihr Angebot und das knappe Entkommen des Kristalls vor dem Verkauf, wie ich bereits erzählt habe. Solange das Ding Mr. Caves Geheimnis war, blieb es ein reines Wunder. Ein Ding, an das man sich heimlich heranschleichen und es betrachten konnte, wie ein Kind einen verbotenen Garten betrachtet. Aber Mr. Ways hatte für einen jungen wissenschaftlichen Forscher einen besonders klaren und konsequenten Verstand. Kaum hatte er den Kristall gesehen und seine Geschichte gehört und sich mit eigenen Augen von der Phosphoreszenz überzeugt, machte er sich daran, die Behauptungen von Mr. Caves systematisch zu überprüfen. Mr. Caves war nur zu gern bereit, sich an diesem Wunderland zu erfreuen und er kam jeden Abend von halb neun bis halb zehn und manchmal, wenn Mr. Ways nicht da war, auch tagsüber. Auch am Sonntagnachmittag war er da. Von Anfang an machte Mr. Ways viele Notizen und es war seiner wissenschaftlichen Methode zu verdanken, dass der Zusammenhang zwischen der Richtung, aus der der einleitende Strahl in den Kristall eintrat und der Ausrichtung des Bildes nachgewiesen werden konnte. Indem er den Kristall mit einem Kasten abdeckte, der nur mit einer kleinen Öffnung versehen war, um den anregenden Strahl durchzulassen und indem er seine Jalousien durch schwarze Holländer ersetzte, verbesserte er die Beobachtungsbedingungen erheblich, sodass die Forscher schon nach kurzer Zeit in der Lage waren, das Tal in jeder gewünschten Richtung zu beobachten. Nachdem wir also den Weg geebnet haben, können wir kurz über die visionäre Welt im Kristall berichten. Die Dinge wurden in allen Fällen von Mr. Cave gesehen und die Arbeitsmethode bestand immer darin, dass er den Kristall beobachtete und berichtete, was er sah, während Mr. Ways, der als Student der Naturwissenschaften den Trick gelernt hatte, im Dunkeln zu schreiben, eine kurze Notiz über seinen Bericht schrieb. Als der Kristall verblasst war, wurde er an der gewünschten Stelle in eine Schachtel gelegt und das elektrische Licht eingeschaltet. Mr. Ways stellte Fragen und schlug Beobachtungen vor, um offene Fragen zu klären. Nichts hätte weniger visionär und mehr sachlich sein können. Die Aufmerksamkeit von Mr. Cave wurde schnell auf die vogelähnlichen Wesen gelenkt, die er in jeder seiner früheren Visionen so häufig gesehen hatte. Sein erster Eindruck wurde bald korrigiert und er dachte eine Zeit lang, dass es sich um eine tagaktive Fledermausart handeln könnte. Dann kam ihm der groteske Gedanke, dass es sich um Cherubinen handeln könnte. Ihre Köpfe waren rund und seltsam menschlich und es waren die Augen eines von ihnen, die ihn bei seiner zweiten Beobachtung so erschreckt hatten. Sie hatten breite, silbrige Flügel, die nicht gefiedert waren, aber fast so glänzend wie frisch getötete Fische und mit dem gleichen subtilen Farbenspiel und diese Flügel waren nicht nach dem Plan eines Vogelflügels oder einer Fledermaus gebaut, wie Mr. Ways erfuhr, sondern wurden von gebogenen Rippen gestützt, die vom Körper ausstrahlten, eine Art Schmetterlingsflügel mit gebogenen Rippen, scheint ihr Aussehen am besten auszudrücken. Der Körper war klein, aber mit zwei Bündeln von Greiforganen ausgestattet, die wie lange Tentakel aussahen und sich direkt unter dem Mund befanden. So unglaublich es Mr. Ways auch erschien, so unwiderstehlich war schließlich die Überzeugung, dass es diese Kreaturen waren, denen die großen, menschenähnlichen Gebäude und der prächtige Garten gehörte, die das weite Tal so prächtig machten. Und Mr. Cave erkannte, dass die Gebäude neben anderen Besonderheiten keine Türen hatten, sondern dass die großen, runden Fenster, die sich frei öffnen ließen, den Kreaturen Ausgang und Eingang gewährten. Sie stiegen auf ihre Tentakel, falteten ihre Flügel zu einem kleinen, fast rutenartigen Gebilde zusammen und hüpften ins Innere. Unter ihnen gab es aber auch eine Vielzahl kleinerer geflügelter Kreaturen wie große Libellen, Motten und fliegende Käfer und auf der grünen Wiese krabbelten farbenprächtige, riesige Laufkäfer, träge hin und her. Außerdem waren auf den Wegen und Terrassen großköpfige Kreaturen zu sehen, die den großen, geflügelten Fliegen ähnelten, aber flügellos waren und emsig auf ihrem handähnlichen Gewehr von Tentakeln hüpften. Auf die glitzernden Objekte auf den Säulen, die auf der Terrasse des näheren Gebäudes standen, wurde bereits hingewiesen. Als Mr. Cave an einem besonders lebhaften Tag eine dieser Säulen ganz genau betrachtete, wurde ihm klar, dass es sich bei dem glitzernden Objekt dort um einen Kristall handelte, der genau so aussah wie der, in den er hineinschaute. Und eine noch genauere Untersuchung überzeugte ihn davon, dass jeder einzelne der fast 20 Säulen ein ähnliches Objekt trug. Gelegentlich flatterten eines der großen fliegenden Wesen heran, faltete seine Flügel und wickelte einige seiner Tentakel um den Mast und betrachtete den Kristall eine Weile lang, manchmal bis zu 15 Minuten lang. Und eine Reihe von Beobachtungen, die auf Anregung von Mr. Waze gemacht wurden, überzeugten die beiden Forscher davon, dass der Kristall, in den sie blickten, tatsächlich auf der Spitze der äußersten Säule der Terrasse stand und dass zumindest einer der Bewohner dieser anderen Welt Mr. Cave ins Gesicht geschaut hatte, während er seine Beobachtungen gemacht hatte. So viel zu den wesentlichen Fakten dieser sehr merkwürdigen Geschichte. Wenn wir das Ganze nicht als geniale Erfindung von Mr. Waze abtun wollen, müssen wir eines von zwei Dingen glauben. Entweder, dass Mr. Caves Kristall in zwei Welten gleichzeitig war und dass er, während er in der einen Welt umhergetragen wurde, in der anderen Welt unbeweglich blieb, was völlig absurd erscheint, oder dass er eine besondere Beziehung zu einem anderen, sehr ähnlichen Kristall in der anderen Welt hatte, so dass das, was im Inneren des einen Kristalls in dieser Welt gesehen wurde, unter geeigneten Bedingungen für einen Beobachter im entsprechenden Kristall in der anderen Welt sichtbar war und umgekehrt. Gegenwärtig wissen wir zwar nicht, wie zwei Kristalle auf diese Weise in Beziehung treten können, aber wir wissen heute genug, um zu verstehen, dass dies nicht völlig unmöglich war. Diese Ansicht der Kristalle als in Verbindung stehend war die Vermutung, die Mr. Ways in den Sinn kam und zumindest mir erscheint sie äußerst plausibel. Und wo war diese andere Welt? Und hier brachte der wache Verstand von Mr. Ways schnell Licht ins Dunkel. Nach Sonnenuntergang verdunkelte sich der Himmel schnell und es gab nur eine sehr kurze Dämmerungsphase und die Sterne leuchteten auf. Es waren die gleichen, wie wir sie sehen, in den gleichen Sternbildern angeordnet. Mr. Cave erkannte den Bären, die Plejaden, Aldebaran und Sirius. Die andere Welt muss sich also irgendwo im Sonnensystem befinden und zwar höchstens, ein paar hundert Millionen Kilometer von unserer eigenen entfernt. Als Mr. Ways diesem Hinweis nachging, stellte er fest, dass der Mitternachtshimmel sogar noch dunkler blau war als unser Winterhimmel und dass die Sonne etwas kleiner erschien. Und es gab zwei kleine Monde, wie unser Mond, aber kleiner und ganz anders gezeichnet, von denen sich einer so schnell bewegte, dass seine Bewegung deutlich sichtbar war, wenn man ihn betrachtete. Diese Monde standen nie hoch am Himmel, sondern verschwanden, wenn sie aufstiegen. Das heißt, jedes Mal, wenn sie sich drehten, wurden sie verfinstert, weil sie so nahe an ihrem Hauptplaneten waren. Obwohl Mr. Cave das nicht wusste, lässt sich daraus ableiten, wie die Verhältnisse auf dem Mars aussehen müssen. Die Schlussfolgerung, dass Mr. Cave beim Blick in diesen Kristall tatsächlich den Planeten Mars und seine Bewohner gesehen hat, erscheint äußerst plausibel. Und wenn das der Fall ist, dann war der Abendstern, der in dieser fernen Vision so strahlend am Himmel leuchtete, weder mehr noch weniger als unsere vertraute Erde. Eine Zeit lang scheinen die Marsianer, wenn sie überhaupt Marsianer waren, nichts von Mr. Caves' Untersuchung gewusst zu haben. Ein- oder zweimal kam einer, um zu schauen, und verschwand kurz darauf zu einer anderen Säule, als ob die Vision nicht zufriedenstellend gewesen wäre. Während dieser Zeit konnte Mr. Cave das Treiben dieser geflügelten Wesen beobachten, ohne von ihnen gestört zu werden, und obwohl sein Bericht notwendigerweise vage und bruchstückhaft ist, ist er dennoch sehr aufschlussreich. Stellen Sie sich vor, was für einen Eindruck von der Menschheit ein massianischer Beobachter bekommen würde, der nach mühsamer Vorbereitung und unter erheblicher Ermüdung der Augen in der Lage war, London vom Turm der St. Martins Church aus zu beobachten, und zwar über einen Zeitraum von höchstens vier Minuten am Stück. Mr. Cave konnte nicht feststellen, ob es sich bei den geflügelten Martianern um dieselben handelte, die auf den Wegen und Terrassen herumhüpften, und ob letztere sich nach Belieben Flügel anlegen konnten. Mehrmals sah er unbeholfene Zweibeiner, die ein wenig an Affen erinnerten, weiß und teilweise durchsichtig waren und sich unter den Flechtenbäumen tummelten, und einmal flohen einige von ihnen vor einem der hüpfenden, rundköpfigen Martianer. Dieser erwischte einen von ihnen mit seinen Tentakeln, woraufhin das Bild plötzlich verblasste und Mr. Cave verzweifelt im Dunkeln tappte. Bei einer anderen Gelegenheit erschien ein riesiges Ding, das Mr. Cave zuerst für ein gigantisches Insekt hielt und das sich mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit auf dem Weg neben dem Kanal bewegte. Als es näher kam, erkannte Mr. Cave, dass es sich um einen Mechanismus aus glänzenden Metall und von außergewöhnlicher Komplexität handelte. Als er wieder hinschaute, war es außer Sicht weiter verschwunden. Nach einiger Zeit versuchte Mr. Waze, die Aufmerksamkeit der Martianer zu erregen, und als die seltsamen Augen eines von ihnen in der Nähe des Kristalls auftauchten, schrie Mr. Cave auf und sprang weg. Doch als Mr. Cave den Kristall erneut untersuchte, war der Martianer verschwunden. So weit waren die Beobachtungen Anfang November gediehen, und als Mr. Cave spürte, dass der Verdacht seiner Familie bezüglich des Kristalls ausgeräumt war, begann er ihn mit sich hin und her zu nehmen, um sich bei jeder Gelegenheit mit dem zu trösten, was für ihn immer mehr zum wichtigsten Gegenstand seines Lebens wurde. Im Dezember wurde Mr. Waze Arbeit im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Prüfung zu umfangreich. Die Sitzungen wurden widerwillig für eine Woche ausgesetzt, und zehn oder elf Tage lang, er ist sich nicht ganz sicher, wie lange, sah er nichts von Mr. Cave. Dann wollte er seine Nachforschungen wieder aufnehmen und ging, nachdem der Stress der saisonbedingten Arbeit nachgelassen hatte, hinunter nach Seven Dials. An der Ecke bemerkte er einen Fensterladen vor dem Fenster eines Vogelzüchters und dann noch einen vor dem eines Schusters. Der Laden von Mr. Cave war geschlossen. Er klopfte und der Stiefsohn öffnete ihm die Tür in schwarz. Er rief sofort Mrs. Cave, die, wie Mr. Waze feststellen musste, ein billiges, aber großzügiges Witwenkleid mit einem beeindruckenden Muster trug. Ohne große Überraschung erfuhr Mr. Waze, dass Cave tot und bereits beerdigt war. Sie war in Tränen aufgelöst und ihrer Stimme war etwas belegt. Sie war gerade aus Highgate zurückgekehrt. Ihre Gedanken schienen mit ihren eigenen Aussichten und den ehrenvollen Details der Beerdigung beschäftigt zu sein, aber Mr. Waze war endlich in der Lage, die Einzelheiten von Caves tot zu erfahren. Er war am frühen Morgen, einen Tag nach seinem letzten Besuch bei Mr. Waze, tot in seinem Laden aufgefunden worden und hatte den Kristall in seinen eiskalten Händen gehalten. Sein Gesicht hatte gelächelt, sagte Mrs. Cave, und das Samttuch von den Mineralien lag zu seinen Füßen auf dem Boden. Er muss schon fünf oder sechs Stunden tot gewesen sein, als er gefunden wurde. Das war ein großer Schock für Waze und er machte sich bittere Vorwürfe, weil er die eindeutigen Symptome der Krankheit des alten Mannes übersehen hatte. Doch sein Hauptgedanke galt dem Kristall. Er ging behutsam an das Thema heran, denn er kannte die Eigenheiten von Mrs. Cave. Er war verblüfft, als er erfuhr, dass er verkauft worden war. Mrs. Caves erster Impuls, nachdem Caves Leiche nach oben gebracht worden war, war gewesen, dem verrückten Geistlichen, der fünf Pfund für den Kristall geboten hatte, zu schreiben und ihn von seiner Wiederbeschaffung zu unterrichten. Aber nach einem heftigen Streit, an dem sich auch ihre Tochter beteiligte, waren sie davon überzeugt, dass sie seine Adresse verloren hatte. Da sie nicht über die nötigen Mittel verfügte, um Cave in dem aufwendigen Stil zu beerdigen, den die Würde eines alten Einwohners von Seven Dials verlangt, wandten sie sich an einen freundlichen Geschäftspartner in der Great Portland Street. Er hatte freundlicherweise einen Teil des Bestandes zu einem Schätzwert übernommen. Die Schätzung war seine eigene und das Kristallei war in einem der Posten enthalten. Nach ein paar angemessenen Beileidsbekundungen, die vielleicht ein wenig unüberlegt waren, eilte Mr. Ways sofort zur Great Portland Street. Doch dort erfuhr er, dass das Kristallei bereits an einen großen dunklen Mann in Grau verkauft worden war. Und hier enden die wesentlichen Fakten dieser kuriosen und zumindest für mich sehr anregenden Geschichte. Der Händler in der Great Portland Street wusste nicht, wer der große dunkle Mann in Grau war und er hatte ihn auch nicht aufmerksam genug beobachtet, um ihn genau zu beschreiben. Er wusste nicht einmal, in welche Richtung diese Person gegangen war, nachdem sie den Laden verlassen hatte. Eine Zeit lang blieb Mr. Ways im Laden und stellte die Geduld des Händlers mit aussichtslosen Fragen auf die Probe und machte seiner eigenen Verzweiflung Luft. Als er schließlich feststellte, dass ihm die ganze Sache entglitten und wie eine nächtliche Vision verschwunden war, kehrte er in seine eigenen Räume zurück und stellte mit Erstaunen fest, dass die Notizen, die er gemacht hatte, immer noch auf seinem unaufgeräumten Tisch lagen und sichtbar waren. Sein Ärger und seine Enttäuschung waren natürlich sehr groß. Er wandte sich ein zweites Mal, ebenso erfolglos, an den Händler in der Great Portland Street und schaltete Anzeigen in den Zeitschriften, die einem Trödelsammler leicht in die Hände fallen konnten. Er schrieb auch Briefe an The Daily Chronicle und Nature, aber diese beiden Zeitschriften, die einen Schwindel vermuteten, baten ihn, sein Vorgehen zu überdenken, bevor sie es abdruckten und man riet ihm, dass eine so seltsame Geschichte, für die es leider keine Beweise gab, seinen Ruf als Wissenschaftler gefährden könnten. Außerdem waren die Termine für seine eigentliche Arbeit dringend. Nach etwa einem Monat musste er die Suche nach dem Kristallei widerwillig aufgeben, abgesehen von gelegentlichen Anfragen bei bestimmten Händlern und seither ist es unentdeckt geblieben. Gelegentlich, so erzählt er mir, und das kann ich ihm durchaus glauben, hat er jedoch Ausbrüche von Eifer, in denen er seine dringendere Beschäftigung aufgibt und die Suche wieder aufnimmt. Ob es für immer verloren bleiben wird, ist derzeit ebenso spekulativ wie das Material und die Herkunft. Wenn der jetzige Käufer ein Sammler ist, hätte man erwartet, dass die Anfragen von Mr. Waze ihn über die Händler erreicht hätten. Er konnte auch den Geistlichen und den Orientalen von Mr. Cave ausfindig machen. Keinen anderen als dem Pfarrer James Parker und den jungen Prinzen von Bossu Kuni auf Java. Ich bin Ihnen für einige Informationen dankbar. Das Ziel des Prinzen war einfach Neugier und Extravaganz. Er war so erpicht darauf zu kaufen, weil Cave so seltsam abgeneigt war, zu verkaufen. Es ist natürlich gut möglich, dass der Käufer im zweiten Fall einfach nur ein Gelegenheitskäufer und kein Sammler war. Und das Kristallei, soweit ich weiß, könnte sich in diesem Moment im Umkreis von einer Meile von mir befinden und einen Salon schmücken oder als Briefbeschwerer dienen. Seine bemerkenswerten Funktionen sind unbekannt. Mit dem Gedanken an eine solche Möglichkeit habe ich diese Erzählung in eine Form gebracht, die es dem normalen Leser ermöglicht, sie zu lesen. Meine eigenen Vorstellungen sind praktisch identisch mit denen von Mr. Waze. Ich glaube, dass der Kristall auf der Marssäule und das Kristallei von Mr. Cave auf irgendeine physikalische, aber im Moment noch unerklärliche Weise in Beziehung zueinander stehen. Und wir beide glauben außerdem, dass der irdische Kristall möglicherweise vor einem weit entfernten Zeitpunkt von diesem Planeten hierher geschickt worden sein muss, um den Martianern einen nahen Blick auf unsere Angelegenheiten zu ermöglichen. Möglicherweise befinden sich Gegenstücke zu den Kristallen auf den anderen Säulen ebenfalls auf unserem Globus. Keine Halluzinationstheorie reicht aus, um die Tatsachen zu erklären. Das Kristallei von H. G. Wells. Eine Produktion von Der Vorleser. Gelesen von Benjamin Werner. Dieses Video wird unterstützt von Aquarius Girl, Michael Simnacher, Christian Santer, Savage 420, Linkas YouTube, Alexander Grube, Floß, Volker Schulz und Adrian Müller. Vielen Dank.